Top 8 der Roten Karten Ich wollte ihn auf jeden Fall nochmal erwähnt haben, hier den Curt Ape, dann Burning Wish, auch eigentlich keine typische rote Karte, weil sie eigentlich eher für Combo-Decks gespielt wurden, die mehrfarbig sind und eigentlich gar nichts mit dem klassischen Rot zu tun hatten, zum Beispiel Storm-Decks, aber dennoch eine sehr gute Karte. Und Flametong-Karbu war früher so eine maßstabsgebende Karte, denn Kreaturen, die am Karbu gestorben sind und selber kein Karbu waren, waren eigentlich schon recht schlecht zu spielen, es sei denn, sie hatten halt einen sehr großen Einfluss auf dem Spiel, der Karbu hat einfach alles abgeschossen spätestens in der vierten Runde. Und das war auf jeden Fall eine gute Karte, ich finde ihn immer noch sehr gut und spiele ihn auch sehr gerne immer noch in meinen Decks. Er ist sehr preiswert im Moment und hat es fast in die Top 8 geschafft, auf jeden Fall eine Karte, die ich hier nebenbei nochmal erwähnen und empfehlen wollte. Jetzt gucken wir uns aber mal die ersten Plätze an, Platz, oder die letzten Plätze der Liste, weiß nicht, auf jeden Fall habe ich wieder Platz 5 bis 8 zusammengefasst, die Top 4, die ist diesmal richtig sortiert, also Platz 1 bis 4 wird richtig nach Karten benannt, nicht so wie in den anderen Listen, hier ist mir das recht leicht gefallen und wir fangen jetzt erstmal mit den Platz 5 bis 8 an. Wir haben Fire Eyes, ich sehe wieder eine Karte, die eigentlich nicht nur rot ist, aber es ist auch eine Karte, die damals sehr häufig gespielt wurde, sie hat eigentlich jetzt immer noch sehr guten Effekt, man kann sie ins Isokronzepte einprägen, man kann Permanent tappen, Karten nachziehen, man kann Schaden verschießen, man kann sie für den Force of Will benutzen, also man kann sie als blaue Karte aus dem Spiel entfernen für den Force, also es ist immer noch eine sehr vielseitige Karte und hat sich deswegen auch den Platz in der Top 8 gesichert. Dann haben wir Wheel of Fortune, auch wieder eine Karte, die nicht im klassischen Rot-Deck gespielt wird, aber es ist trotzdem eine Top 8 Karte der roten Karten. Für 3 Mana, jeder Spieler wirft seine komplette Hand ab, zieht dann 7 neue Karten und ja, es ist auf jeden Fall eine Karte, die oft in Combo-Decks gespielt wurde, auch wieder in Storm-Decks, auf jeden Fall eine Karte, die viel Play gesehen hat und sie ist auch wirklich sehr stark, also sie hat sich auf jeden Fall hier den Platz in der Top 8 gesichert. Dann haben wir hier eine neue Karte, auch einen Goblin, ich kann sagen, Goblins sind öfters hier vertreten in der Liste, Goblin Guide, für 1 Mana 2, 2 Eile, er ist wirklich, ja, der Inbegriff des roten Agro-Decks, der Effekt, dass wenn er angreift, der Gegner die oberste Karte seine Bibliothek aufdecken kann, wenn es ein Land ist, darf er es auf die Hand nehmen, ist meistens sehr stark zu vernachlässigen, der Gegner kann schließlich nur ein Land pro Runde spielen, die Karten, die er dann dadurch bekommt, kann er ja meistens überhaupt gar nicht erst nutzen, denn der Goblin Guide baut so viel Druck auf und ich habe schon oft gegen ihn verloren, habe auch sehr viele Spiele mit ihm gewonnen, es ist eine sehr starke Karte und ist definitiv hier im Top 8 Bereich eine Muss-Karte, auf jeden Fall einer der stärksten Goblins. Gehen wir weiter zum Red Elemental Blast, ähnlich Pyro Blast, also es sind alles so die ähnlichen Zauber, für 1 Mana kann man einen blauen Zauberspruch-Countern, beziehungsweise eine blaue Karte zerstören, es ist so die rote Sideboard-Karte, die sehr oft gespielt wird und ist halt sehr vielseitig und blau ist immer ein schwerer Gegner, generell Control-Match-Ups und da man selber meistens ja ein schnelles, rotes, aggressives Deck spielt, kann man dann im späteren Spiel die wirklich teuren Spells des blauen Spielers einfach wegcountern oder beziehungsweise halt eben zerstören und ist auf jeden Fall eine sehr, sehr starke Karte, die das Spiel auf jeden Fall geprägt hat und sie ist definitiv auch hier im oberen Bereich der Top 8 anzusiedeln. Jetzt kommt tatsächlich Platz 4 bis 1 und auf Platz 4 Goblin Recruiter, auch eine Karte, die gewandt wurde damals, aufgrund ihrer sehr hohen Spielstärke, es ist wie gesagt ein Goblin für 2 Mana 1-1, wenn er ins Spiel kommt, kann man seine Bibliothek nach einer beliebigen Anzahl an Goblin-Karten durchsuchen. Diese Karten allen Spielern zeigen, die Bibliothek mischen und dann die Karten, also die ganzen Goblins, die man sich rausgesucht hat, in beliebiger Reihenfolge obendrauf legen. Der Effekt wurde zu einem mit Goblin-Schabelcher gespielt, das ist ein Artefakt, welches, ja wenn man für 3 Mana es tappt, deckt man oben von der Bibliothek Karten auf, bis man eine Nicht-Land-Karte, äh Quatsch, man deckt so lange Karten auf, bis man ein Land aufdeckt und dann fügt er Schabelcher so viel Schaden zu, wie man Karten aufgedeckt hat. Ja, Goblin Recruiter, äh, ja, man legt sich 20 Goblins obendrauf, Schabelcher schießt auf jeden Fall 20 Schaden, das war auf jeden Fall eine nette Kombination, würde man als, äh, Landkarte ein Gebirge aufdecken, wird der Schaden sogar verdoppelt mit dem Schabelcher, also es war auf jeden Fall eine sehr gute Kombination, das Ganze halt in einem Goblin-Deck eingebaut. Alternativ, äh, wurden die Goblins, die man sich raustut, auch immer so sortiert, dass man immer wieder zwischendrin Goblin Ringleader hat, und das Ganze wurde dann mit Foodchain kombiniert, das war auch ein sehr starkes Turnierdeck damals, Foodchain Goblins, äh, man konnte halt immer eine Kreatur aus dem Spiel ins Exil schicken mit Foodchain, hat dann so viel Mana bekommen, wobei x die, äh, Mana Kosten der Kreatur sind, die man entfernt hat, plus 1, so konnte man sich dann halt, äh, ja eigentlich alle Goblins aus der Bibliothek ins Spiel bringen, man hat zwar immer ein paar ins Exil geschickt, mit dem Ringleader hat man immer ein paar nachgezogen, wer sich für das Deck interessiert, man kann das auch sehr gut googeln, da findet man sehr viele Listen im Internet, und, ähm, ja, es war praktisch so eine Art Combo-Deck, ähm, mit dem Goblin Warchief haben alle Goblins Eile bekommen, und so hat man dann halt mit seinem ganzen Team eigentlich angegriffen, es war auch ein sehr, sehr starkes Deck, und hat auch, ähm, ja, die Turniere teilweise stark dominiert, oder war auf jeden Fall eins der Top-Decks, und, äh, alles ermöglicht hier den Goblin Recruiter, und der ist damit eben Platz 4. Platz 3, eine bisschen ältere Karte, Fireblast. Ähm, ja, man hat die Karte, also ich glaube, ich habe die Karte noch nie für 6 Mana gespielt, äh, man kann halt als Alternativkosten 2 Gebirge opfern, und kann dann 4 Schaden verschießen. Ja, das rote Burn-Deck wird dadurch meistens ein Zug schneller, ähm, ja, man greift den Gegner an, verbraucht all sein Mana, schießt alle Burn-Zauber dem Gegner an den Kopf, und opfert dann am Ende 2 Gebirge, um nochmal 4 Schaden zu verschießen, macht, äh, rote Burn-Decks halt einfach schneller, und, ähm, ja, macht sie definitiv eine Runde schneller auf jeden Fall, und macht sie dadurch sehr gefährlich. Äh, Fireblast hat damals auf Turnieren auch viele Spiele gewonnen, und hat sich so auf jeden Fall Platz 3 gesichert. Platz 2, der stärkste Goblin, ähm, Goblin-Lacky, äh, für ein Mana 1-1, wenn er einem Gegner Kampfschaden zufügt, kann man einen Goblin aus der Hand ins Spiel bringen. Ähm, ja, das ist eigentlich die Karte, woran man erkennen kann, ob sein eigenes Deck, äh, Legacy, also T1.5 fähig ist, äh, kann man nämlich gegen einen, äh, Turn 1-Lacky beim Gegner gewinnen. Ja, der Goblin-Spieler legt ihn, man kann ihn nicht entfernen, der Gegner greift an, man hat meistens das Spiel verloren, es werden einfach extrem starke Goblins ins Spiel gemobilt, zum Beispiel Siegegang Commander, äh, oder im Notfall auch nur eine Goblin-Matrone, die dann was Starkes raussucht, und der Goblin-Spieler erreicht dadurch halt einen extremst starken Vorteil. Goblin-Lacky, eine extremst starke rote Karte, die das Goblin-Deck extrem stark gemacht hat, und er ist definitiv Platz 2, denn es gibt nur eine Karte, die besser ist, und zwar Lightning Gold. Ähm, ich hab ja schon immer gesagt, Lightning Gold ist die beste rote Karte, und es ist definitiv die beste rote Karte, es ist nicht nur ein persönliches Empfinden von mir. Ähm, Lightning Gold wurde von so vielen Turnierspielern schon in Turnierdecks reingequetscht, ähm, ich hab schon 5 Color, also 5 farbige Decks gesehen, die im roten Bereich dann 4 Lightning Golds gespielt haben. Ähm, es gibt diverse Decks, die es immer gespielt haben, seien es Agro-Decks, Midrange-Aggos, oder eben 5 Color-Control-Decks, ähm, Burn-Decks sowieso, und, ähm, ja, Lightning Gold ist definitiv die rote, ja, also der rote Repräsentant für 1 Mana, 3 Schaden, ist der Gegenstück zum Essential Recall in Blau, ist natürlich dann wieder von der Spielstärke nicht ganz so gut, aber wir vergleichen ja hier nicht die Farben miteinander, sondern betrachten nur die roten Karten, und da ist Lightning Gold definitiv ungeschlagen der Platz 1, und beendet damit auch schon diese Top-8-Liste, und, ja, ich hoffe die Top-8-Liste hat euch auch gefallen, ihr habt wieder was dazugelernt, und wenn ihr wollt, lasst natürlich Kommentare da, ansonsten wünsche ich euch noch einen schönen Tag, bis demnächst, ciao! Outro 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 Untertitelung des ZDF, 2020